Liebe Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Robocraft. Wir haben nicht wirklich was verändert an unseren Roboter, weil ich dachte mir so, wir müssen ein bisschen ein paar Sachen noch freispielen. Es geht nämlich nicht vorwärts und deswegen werden wir mal jetzt nochmal Team Deathmatch spielen, Leute. Ja, ja, das kriegen wir hin. Nein, ich schieße immer in den Boden, Leute. Ich schieße immer in den Boden, ey. Das ist doch so dreckig, Freunde. Wo sind die kleinen Pisser? Wo seid ihr? Wo seid ihr, meine Freunde? Wo seid ihr? Verstecken die sich? What the fuck? Was macht denn der? Die kommen jetzt hier um die Ecke. Warum so viele dreckig? Zwei Waffe? Boah, Leute, übertreibt doch mal nicht, ihr kleinen Pisser, ey. Wow. Mann, was soll das, ey? Wer war das? X-Striker, glaube ich. Bin anscheinend geholfen, der Sack. Boah, was geht denn hier ab, ey? Ich habe aber einen Arm zu wenig, ey. Ich hoffe, der regeneriert sich gleich. Oh, dann guck mal, da unten die Zahl. Die geht runter, die geht runter. Und dann regenerieren wir uns. Ah, jetzt habe ich das, jetzt, jetzt habe ich das gecheckt, Leute, was hier abgeht, ey. Komm, komm, komm. Treffe ich doch mal wohl, ey. Oh, lauf doch nicht weg, Freundchen. Lauf nicht weg, Freundchen. Geht doch, zusammen sind wir stark, Freunde. Zusammen sind wir stark. Boah, wir alles zerbomben hier, Leute. Wir zerbomben alles, ey. Wow. Okay. Boah, ich habe die eine Waffe nicht mehr. Nein, 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 jetzt muss ich noch zehn Sekunden warten, bis ich hier wieder connect... ...äh, connected, sag ich, wieder repariert werde. Also dauert es noch ein bisschen. Komm, jetzt repariert er mich. Geht doch, Freunde. Oh, komm, 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 Mann. Mach ich noch Platz. So, jetzt habe ich noch... Bam. Was hat er für eine krasse Panzerung? Das ist unfassbar. Wir müssen auch mal Panzerung drauf machen. Der hat ja, der hat sich ja die ganze Zeit geheilt, wie bekloppt, ey. Unglaublich, ey. Nein, 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 jetzt sind wir platt. Das erste Mal. Hey, X-Striker lebt da immer noch, ey. Was macht der Typ, ey? Freaky Typ, ey. Heftiger Typ, ey. Unbelievable. Oh, das ist immer so langsam, so wirklich langsam. Wirklich, wirklich langsam. Bis wir mal da ankommen. Ein bisschen Action machen können. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Guck mal, da oben. Bam. Oh, toll. Ist das Ding schon von alleine abgestürzt anscheinend. Da ist er mies. Da ist er auch richtig mies, Freunde. Bam. Na, komm, ey. Das Ding fliegt doch gar nicht mehr, oder? Boah, wenn das mir jetzt einer klaut, ey, dann wäre ich aber böse. Werde ich echt böse? Boah, ich wollte es gerade abschießen, diese Lacker. Guck dich die mal an, der landet gerade, oder was? Oder auch nicht? Nein, das habe ich nicht getroffen. Da, da, da fliegt was. Da fliegt was, Freunde. Wow. Oh, zu weit weg, das Ding. Schade. Vorne ist noch was. Ja, habe ich den getroffen? Bin mir nicht sicher. Ja, nee, ist klar, ey. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Bam, erst mal das Hinterteil weggeschossen. Aber der heilt sich direkt von alleine. Habt ihr das gesehen? Was soll das denn, bitte? Bam, ey. Das ist ja unfassbar. Schießt das Ding vom Pimmel, ey. Was hat der für eine krasse Panzerung, der Bastard da unten, ey. Mann, ey. Oh, ich habe nur noch zwei Waffen, ey. Mann, 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 ey. Ich muss jetzt mal hoffen, dass... Oh, ich habe nur noch eine Waffe. Komm, heil dich doch mal. Heil dich doch mal. Nein, keine Chance, ey. Wir dürfen nicht getroffen werden, wenn wir uns heilen wollen. Ah, das ist natürlich Pech. Aber wir sind... Ja, wir sind voll überlegen. Die haben gerade mal fünf Leute gekillt. Bam. Würde ich natürlich gerne mal noch ein paar Leute abschießen. X-Schweiger hat auch sieben, der Sackgesichter. Der hat acht Assists, ey. Wow. Krasser Typ. So. Fünf Leute können wir noch töten, aber die Zeit läuft auch fast ab, Leute. Ah, das ist einer von uns. Ah, nee, der auch nicht. Ja, mit den Waffen ist natürlich sehr schwer zu treffen, ey. Komm, 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 ey. Nein, der ist immer noch nicht platt. Ich kriege die Kries, Freunde. Oh, die reparieren sich da hinten, die Sackgesichter, ey. Diese Wichser, ey. Ich muss hier weg. Was ist denn los, ey? Was meldet der da bei mir hinten? Im Hintergrund, ey. Jetzt repariert er sich gleich, eventuell. Fünf Sekunden noch. Na, komm, 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 ey. Boah, jetzt kommt noch einer von der Seite, oder was, Leute? Richtig verrückt, ey. Ich glaube, das Ding ist irgendwie ein bisschen kaputt, ey. Wer will mich beschießen? Wer will mich beschießen? Wer will was? Wer will was? Wir haben noch zwölf Prozent, ey. Das wäre cool, wenn wir uns jetzt mal heilen. Eine Sekunde. Ah, sehr schön. Mann, 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 er kommt da her. Komm mal her, komm mal her, Freundchen. Jawohl. Und da haben wir den Sieg für unser Team klar gemacht. Zehn Kills haben wir, zwei Defts und fünf Assists. Damage haben wir auch wieder den meisten gemacht und Score ist 1327. Gucken wir mal, was wir für Gegenstände freigeschaltet haben, Freunde. So. Erstmal wieder Connect mit dem Server. So, erstmal. Und? Noch ein Bein, ja. Irgendeine Waffe und nochmal so ein Protect-Teil. Gucken wir uns mal kurz die Sachen an, ey. So. Das war, glaube ich, die Waffe. Plasma. Wow. Health. 29.000 hat die jetzt im Vergleich zu denen. Die haben nur 18.000. Und Damage 18.000. Und die haben nur 12.000. Wow. Das ist aber eine krasse Waffe, Freunde. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir da mal hier vorgehen. Ich denke... Oh. Nein, nein, nein. Quatsch, Alter. Ich will nichts entfernen. Chill mal, Freundchen. Puh. Nein, nein, nein. Nicht Recycle. Meine Güte. Fast hätte ich es hier irgendwie weggeworfen, oder was? So. Was ist das für eine Waffe hier? Ich habe das hier einfach so dreckig gebaut, Leute. Hauptsache irgendwas an Waffen drauf, ne? Seht ihr ja selbst. Wow. Die haben aber auch gar nicht so viel Platz, die Waffe, ne? Ey, das ist cool. So. Hier mal hier. Bombarder. What the fuck, Alter. Verwalter, Leute. Das ist mal richtig crazy. Das ist hier dieses Scharfschützengewehr, meine ich. Und hier, ja, alles verteilt, wie ihr seht. Wir können aber, glaube ich, nochmal... ...zwei Top-Blöser vielleicht mal hier irgendwo an die Seite klatschen. Ah, hier nicht. Vielleicht hier unten. Aber dann schießen wir doch irgendwie... ...sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, ne? Guck mal hier. Dann tun wir die mal hier dran. Das geht sogar. Haha. Und hier nochmal die eine. Wow, Leute. Ey, wir sind ganz knapp vor... ...vom Explodieren, seit ich fast gesagt. Die Waffe ist ein bisschen falsch rum. So. Oha. Was haben wir an Waffen, ey? Das ist ja... Ich kann es schon gar nicht mehr zählen, Freunde. Und das... Warte ich noch. Ah, das Ding können wir leider nicht mehr dran bauen hier. Ding, die Kugel hier. Weil wir... ...keine CPU mehr haben. Aber wir können gerne mal kurz... ...die Waffen nachzählen. Da sind oben am Kopf... ...fünf Stück. Hier am Rumpf... ...1, 2, 3... ...äh, 2, 7... ...oder wie rechnen wir das am besten? Also. Fünf hier oben. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... ...dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn... ...siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig... ...einundzwanzig Waffen kann das sein. Falls ich mich verzählt habe, schreibt es in die Kommentare. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge... ...von Robocraft wieder. Ey, ich freue mich so, ne? Das macht so Laune, das Spiel, Freunde. Und wenn ihr mitspielen wollt... ...wie gesagt, ihr könnt gerne mitspielen. Müsst mich nur auf Steam adden. Joint meinem Game. Und wir haben Spaß. Bis zum nächsten Mal.